ja hallo und herzlich willkommen hier zu let's play cube to sauerbraten ja ich habe schon mal im archiv eine weitere umgeschnitt zu einer reihe an folgen von cube to sauerbraten die bin aber nicht rausgebracht das steht so fest da ist auch nichts dran zu rütteln genau deshalb habe ich mir gedacht wenn du die im archiv schon nicht rausbringen kannst dann machst du wenigstens was neues und ich sag euch das wird sich lohnen so und wir fangen auch direkt hiermit an mit der kampagne da machen wir private stand so sauer run gun part one töten wir sie so dann wollen wir mal und da sind wir auch schon hat bumm gemacht so ihr auch bumm machen hier bumm machen hier bumm gemacht ja tot 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 der war vielleicht überraschend so wo geht's denn ach der hebel so haha ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht hier haben wir noch mehr munition wo geht's denn noch nicht so 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 mich kriegt ihr trotzdem nicht mich kriegt ihr trotzdem nicht hier nimm das und das und das und das und ich sagte ihr kriegt mich nicht sagte ich es nicht ich sagte es so jetzt wollen wir die da unten überraschen so ja komm her ja komm schon komm schon so na gut dann machen wir den halt eine kleine überraschung dann ja ein bisschen hat's geholfen sie kriegeln den arsch nicht voll mit meiner munition das hat's geholfen ja verdammt nochmal hab ich mich jetzt echt selbst umgelegt jetzt nicht ach meinetwegen dafür sind sie jetzt dran ja kommt her kommt her ja 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 ihr mich auch ihr mich auch sterb böser junge böser böser junge gute plattform brave plattform so dann komme ich jetzt auch schön nach oben ja richtig hier den lift so nicht mit mir nicht mit mir boah ein teufel ein teufel ein teufel ein teufel shit und ich hab nur noch die pistol da ist er tot ich muss hinten an die munition kommen der es ist so herrlich da lista nicht doch ob da tauche ich lieber erst so und da haben wir wieder was und das ist gut so dann wollen wir sie mal weiter aufmischen ich hätte auch nicht von so kleinen wichten besiegen lassen noch mal habe ich mich doch glatt selbst in die luft gejagt scheiß drauf keine chance so aber ich werde euch trotzdem besiegen so hier mit dich und das ist für dich das ist für euch ihr kriegt mich nicht mich kriegt ihr nicht mich nicht mich kriegt ihr nicht wie ich es voraussagte scheiße von einem rhino was macht das wahrscheinlich die kleinen dinger da dann werden wir diesem rhino mal den arsch vollstopfen komm her komm her braver rhino werben ist eure lebensaufgabe und meine kugeln euer elixier kasaplanka wer will noch was wer hat noch nichts ihr kommt alle dran da macht euch keine sorgen ja 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 uah 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 Das ist so ätzend. Immer sind es diese kleinen Viecher. Gut, dann kommt jetzt her, ihr scheiß Viecher. Komm her, du blöder Teufel. Na bitte, es geht doch. Für euch, meine lieben Freunde. Nur für euch werde ich euch exklusiv mit meinen Kugeln umlegen. Ha, ha. Was hast du nun davon? Lauf, verschwinde lieber. So. Und jetzt seid ihr dran. Oh yeah. Und ihr werdet alle sterben. Ressler. Ja. Und du kriegst eine Kugel und du kriegst eine. Und du kriegst natürlich auch ein paar Kugeln. So, und dann machen wir einmal bumm. Dann darfst du drauf gehen. Dann erst du. Dann du. Und dann schließlich auch du. Und dann macht es einmal bumm. Und dann seid ihr eine Menge Leute los. Und ich habe gleich keine Money mehr. Yeah. So. Dafür hast du es jetzt aber. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Munition. So. Weg mit euch, ihr Viecher. So. Oh, da sind zwei Planeten. Die ziehen hier vorbei. Nice. Fällt mir. Macht mich ein bisschen schwindelig. So. Ihr dürft jetzt auch einmal dran glauben. Gern geschehen. So. Damit. Ich. Ich. Ihr erledigt. Und ihr dürft dran. Ja. Bam. Bam. Nein, du machst auch bam. So. Eins. Zwei. Drei. Verdammt. Ich habe kaum noch Munition. Ich habe nur noch dieses Scheiß-Segenteil. Ach. Macht nichts. Map ist eh vorbei. Macht also nichts. So. Ja. Dann wollen wir weitermachen. Ne? Mit der zweiten Karte. So. Da sieht es aber genauso spärlich aus, was die Munition angeht. So. Jetzt sieht es aber etwas besser aus. Na. Wir. Gut. Du darfst die erste Kugel. Danach bleibt ihr dran. Euch verschwende ich sicher keine Munition. Und. Ich bin schon eher. Ich auch noch. So. Ja. Und dran. Dann. Ah. Mann. Immer diese kleinen Viecher. Mist. Das war jetzt unnötig. Dann seid ihr jetzt halt dran. Genau. Ihr. Nur ihr. So. Dann wird für das. Du wirst ungeliebt werden. Und du. Und du. Du wirst mich nicht verletzen. So. Na bitte. Ja.